Liebe Bürger und Bürgerinnen, im Jahr 1998 werden alle Männer mit dem Jahrgang 1978 ins Militär einrücken. Sie werden mit neuen Waffen ausgerüstet. Aus Umweltschutzgründen gibt es keine Fahrzeuge mehr, dafür erhält jeder Soldat ein Pferd, eine Lanze, eine Hellebarde und ein grosses Schild. So wollen wir ab dem Jahr 2000 unsere Schweiz wieder nach altem Brauch verteidigen.